Was ist der Fan Rebellion Fest? Ich weiß nicht, ob jemand das schon kennt, der Fan Rebellion Fest. Der kommt eigentlich, ist geklaut aus Spanien, sage ich mal. Freunde von mir haben das da gestartet als Tour. Das sind Bands in dem gemischten Männer und Frauen spielen und Leute, die sich nicht unbedingt als Mann oder Frau darstellen würden. Und die immer darauf bestehen, wenn die irgendwo spielen, die anderen Bands dürfen auch nicht rein männlich sein. Und ich fand die Idee ganz gut, weil sonst kennt man immer nur, entweder spielen nur Männer oder man wehrt sich und wird darauf bestanden, dass es nur Frauen sind. Ich fand ganz gut den Ansatz, dass man das mischen soll, dass es irgendwann normal sein muss, dass es egal ist, ob Männer, Frauen oder was auch immer. Dementsprechend haben wir das hierher gebracht und haben gedacht, dann machen wir ein Fest, wo das auch so bedacht wird und machen das einmal im Jahr. Und wir haben jetzt auch ein kleines Video mitgebracht zum Starten, wo sich die Leute, die letztes Mal dabei waren, darüber unterhalten. Und ich fand das ganz gut, immer ein bisschen Einblick zu haben, was bis jetzt gemacht worden ist und was jetzt weiterhin geht. Und ja. Genau. Und das Video repräsentiert eigentlich auch ganz schön so ein bisschen den Gedanken von dem FAM Rebellion Festival, wie das sein soll. Nämlich nicht ein Festival, was irgendwie nur wir machen und die anderen sind dann irgendwie nur Gäste oder so, sondern dass es eigentlich ein Startschuss sein möchte für eine hoffentlich immer weiter wachsende Bewegung und sich eben alle möglichen Menschen da unterschiedlich einbringen können. Und so ist auch dieses Video entstanden. Das ist eine Dokumentation. Die hat Schreibfehler, nennt er sich. Das ist ein Mensch, der immer wieder Konzerte besucht und dann eben die filmt und dokumentiert und dann eben noch in derselben Nacht meist online stellt auf seinem YouTube-Channel. Und ist insofern auch ein schönes Beispiel für diesen DIY-Charakter, der eben für dieses FAM Rebellion Festival oder für uns auch ganz entscheidend ist, dass sich Leute eben einfach do-it-yourself-mäßig einbringen können. So eben ist dieser Film von Schreibfehler entstanden. Und ein anderes Beispiel für diese Möglichkeit, sich einzubringen oder Teil quasi des FAM Rebellion Festivals zu werden, ist das Underdog-Fanzine, was wir auch da hinten liegen haben. Die haben zum Beispiel ihre letzte Ausgabe dann dem Thema FAM Rebellion gewidmet. Ja, und das Video, das ihr jetzt sehen werdet, das ist letztes Jahr entstanden auf der zweiten FAM Rebellion Tour. Wir haben drei Tage miteinander verbracht in einem großen Tourbus und am dritten Tag ist dieses Video entstanden. Wir waren alle sehr müde und alle trotzdem total enthusiastisch und begeistert von diesem Festival, weil wir in diesen drei Tagen eine riesige Familie geworden sind. Und ich würde sagen, wir spielen das Video einfach ab. Genau, und vorher machen wir auch noch eine kleine Performance, nämlich wir werden das Sofa hier einmal kurz zur Seite schieben, dass ihr noch ein bisschen ungehemmtere Sicht habt. Damit ihr auch sehen könnt. Denn FAM Rebellion heißt auch Action. Yes. Das war jetzt doch mehr Action, als ich vorhatte, dass es sein soll. So, das ist das falsche Display. Das heißt, wir müssen eigentlich mal auf den Stage Monitor umschalten. Das geht gleich los. Geht gleich los. Vamos zu machen. gathering mit多少 Dasました sich Au SCAL Applications Hier Le z能 mete Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 «ZDF, 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 2020 oder es gab Leute, die gesagt haben, warum hat ihr da Idlipstick mitgespielt? Das verstehe ich nicht. Was soll denn das? So eine Band, wo Männer, die sich als Frauen anziehen, auf die Bühne kommen beim Family Bellen Festival. Das passt doch gar nicht. Ich habe es auch oft erlebt, dass Menschen denken, wenn ich da mitmache, dann ist das quasi irgendwie, um jetzt Frauen zu unterstützen. Muss ja auch ein Mann dabei sein. Wir können das ja nicht allein. Genau, und das ist halt irgendwie Blödsinn, sondern es müsste doch für alle Männer, für alle Menschen, egal welchen Geschlecht, egal welcher sexuellen Orientierung, das Selbstverständlichste von der Welt sein, sich als Feministen zu begreifen und dieses scheiß patriarchale System halt auch überwinden zu wollen, weil ich zum Beispiel möchte auch meine Weiblichkeit leben können und ich möchte auch nicht als komischer Techniker, Macker oder sonst was mich die ganze Zeit geben müssen. Und ja, deshalb ist das irgendwie selbstverständlich, sollte es selbstverständlich sein eigentlich. Es gab ja auch umgekehrte Kritik, zum Beispiel, dass gesagt wurde, ja, wieso fördert ihr den jetzt Frauenband explizit? Das ist doch schon längst etabliert. Es gab da bei Facebook so eine Diskussion. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen? Ja, tatsächlich, da hat sich jemand total geärgert, war lustigerweise eine Frau. Die meinte, das würde heute überhaupt keinen Sinn mehr machen, das braucht man nicht mehr und sie selber ist keine Musikerin, keine Tontechnikerin, ich bin beides. Ich kann sagen, das braucht man genauso immer noch und viel zu viel. Also es wird tierisch viel darüber geredet, vor allem wenn man in dieser ganzen linken Szene, man denkt, sie kennen das alles schon. Trotzdem, wie sie sagt, wie oft haben wir nicht gehört, wenn wir irgendwo gespielt haben, ja, also für eine Frauenband seid ihr gar nicht so schlecht. Ihr seid 18, oder? Ihr spielt noch nicht so lange zusammen, oder? Nö, wir machen Punk. Ist halt nicht so. Oder man spielt mit einer anderen Band, das sind zwei Typen und ich gewesen und dann wird man gefragt, die Freundin, von wem bist du denn? Weil man eine Gitarre schleppt. Nö, das ist meine Gitarre, du Idiot. Also das passiert tatsächlich bis heute so, ne? Und genau. Ich habe mal in einer Band gespielt mit sieben Männern, das war großartig, denn im Proberaum waren wir alle gleich und wenn wir zu Konzerten gefahren sind, dann war ich immer die Freundin von, was weiß ich. Ja. Also von wegen, es ist noch nicht wichtig, doch, das ist immer noch wichtig und das wäre cool, wenn noch mehr Leute sich angesteckt fühlen und wie wir machen, das war in Berlin und in Bremen und in Hamburg und danach sind wir so fertig, dass wir noch ein Jahr brauchen, um uns zu erholen. Aber wenn jemand sich angesprochen fühlt und das woanders auch starten möchte und von uns Unterstützung oder was auch immer oder Fragen hat oder was, super gerne. Und wo wir bei Fragen sind, eigentlich hatten wir vor, im Publikum, den ich jetzt gerade überhaupt nicht sehe, aber... Die sind da, da sind sie. Nein, ich meine jetzt wegen der Licht, also ich weiß, dass zwei oder drei da sind. Aber also du machst jetzt Werbung für das nächste Femme Rebellion? Ne, das machen wir am Ende. Wir wollen erst mal fragen, ob es jemand hier sitzt, die unter Umständen auch solche Situationen gehabt hat, weil wir wollen gerne nicht nur von uns reden, sondern wir wollten gerne wissen, ob es noch andere gibt. Wahrscheinlich traut sich jetzt keiner, weil so wenig Leute da sind. Es könnte ja auch sein, dass ihr selbst mal so etwas veranstaltet habt oder selbst in einer Band spielt und das gut nachvollziehen könnt. Ja, oh! Ja, willst du was sagen vielleicht? Kannst du auch zu uns kommen. Ja, kommt hier. Warte, hier kommt das Mikro. Oder so. Das Mikro kommt zu dir. Hi, ich bin Sabine aus Karlsruhe aktuell. Mein Künstlerinnahme ist Panzarella. Ich mache schon sehr lange, auch im feministischen Bereich, ganz viel. Also aktuell habe ich eine Band. Wir sind drei Mädels und ein Junge. Und ich habe lange die Girls Attack gemacht. Das war eine Radiosendung für Musik von und mit Frauen als Plattform. Von dem her, also genau, das Herz ist am richtigen Fleck bei euch. Und aktuell machen wir in Freiburg den Salon Riot im Slow Club. Und da unterstützen wir auch eben Frauen im Kunst- und Kulturbereich und in der Musik. Und haben eigentlich das ähnliche Konzept wie ihr. Deshalb bin ich auch da. Ich dachte, vielleicht können wir nachher noch ein bisschen netzwerden oder so. Sehr gerne, ja. Kriegst auf jeden Fall ein Bier. Ja, sehr gerne. Und ja, also vieles von dem, was im Video gesagt wurde, ist eigentlich so das, was ich auch in meinem Leben erfahren habe. Also ich glaube, das Wichtigste tatsächlich ist, Role Model sein. Und ich war lange auf der Suche nach Vorbildern, weil ich damals eben auch angefangen habe, Musik zu machen als Sängerin. Und ich denke, mittlerweile bin ich an dem Punkt, also ich, so ein großer Vorbilder war natürlich Bikini Kill für mich damals. dass ich einmal mittlerweile mehr und mehr merke, dass es auch wichtig ist, so eine eigene Position als Frau zu finden. Also ich will nicht nur so die gleichen Rechte wie Männer haben, sondern ich möchte eben auch eine authentische Position für mich als Frau finden. Und ich glaube, genau, das ist wahrscheinlich eine lebenslange Suche, auch innerhalb der Struktur, in der wir leben, unsere Kultur. Aber ja, ich glaube, so Projekte wie euer Projekt oder vielleicht auch Salon Riot helfen da weiter. Und deshalb, genau, still loving feminism. Ja, cool. Das finde ich sehr gut, das ist tatsächlich, also es gibt auf jeden Fall noch mehr Leute und ich finde es geil, dass wir uns anfangen, tatsächlich zu vernetzen eben. Beim Stichwort authentisch. Sag mal, das Licht wackelt, weil ihr uns runterschmeißen wollt von der Binde? Oder ist es Zufall? Die haben nervöse Kinder. Das macht das Pult, okay, weil das irritiert mich gerade voll. Also wir hatten vorhin auch ein ähnliches Panel. wo das Thema aufkam, dass Frauen als DJs gebucht werden, weil sie eine Frau sind und nicht, weil sie geile Musik auflegen. Und da könnte natürlich der Eindruck bei uns jetzt auch entstehen, oh, die buchen die Band nur, weil da Frauen mitspielen oder das reine Frauenband sind. Nein, wir finden den Scheiß auch selber richtig geil. Ihr habt auch im Video gesehen, dass die einfach supergute Musik machen. Alle drei Konzerte waren ausverkauft, soweit ich weiß. Und die Leute sind ausgerastet. Also wir buchen die nicht, weil es Frauen sind, sondern weil sie geile Musik machen und weil sie eben, ja, sonst nicht so häufig spielen würden und nebenher auch Frauen sind. Genau, also das ist, also vorhin wurde gefragt, war das ein anderer Vortrag, was konnte man machen? Und das ist nämlich das, was ich meinte vorhin, so, wir haben uns mal gefragt, was konnte man machen? Man kann Vorbild sein. Und natürlich ist das erst mal ein bisschen künstlich, kann man so sehen, wenn man sagt, okay, wir stellen ein Festival, wo mehrere Bands spielen, wo wir darauf achten, dass es auch viele Frauen dabei sind, viele Queerleute oder was auch immer, damit das als normal erscheint, was auch funktioniert, weil die Leute, die kommen dann spätestens irgendwie, keine Ahnung, nach einer halben Stunde total in diese Welt irgendwie reinkommen und auch wenn es jetzt noch vielleicht künstlich ist, also das Ziel ist, dass es irgendwann normal ist, so, und jetzt muss man das vielleicht forcieren ein bisschen, irgendwo muss man ja auch starten, so, das ist, was wir denken, so. Ja, auf jeden Fall, starten wäre auch ein ganz tolles Stichwort, um auf unsere Startnext-Kampagne zu sprechen zu kommen und zwar ist ab heute sozusagen unsere Crowdfunding-Kampagne online, um eben das nächste vom Rebellion-Festival, was am, ihr seht es da hinten eingeblendet, am 22., 23. und 24. November stattfinden wird in Berlin, Bremen und Hamburg und seit heute ist eben die Startnext-Kampagne online, ich würde da gerne nochmal so ein kleines Bild einblenden, dass ihr mal seht, wie das dann aussieht, also wenn wir hier diesen Rechner nochmal anschmeißen könnten auf der Präsentation, bitte. Ja, ich habe es glaube ich schon, genau, da ist es, also wenn ihr dann auf startnext.com, wir haben da hinten einen Merch-Stand, da sind auch nochmal Flyer, wo die Adresse draufsteht, wenn ihr dann da drauf geht, dann habt ihr da ein kleines Teaser-Video und was nochmal erklärt, was das vom Rebellion-Festival ist und dann könnt ihr da eben spenden, damit wir auch das nächste Festival finanziert bekommen, wir haben Bands aus Kanada, aus Brasilien, aus Nordgriechenland am Start und die müssen natürlich auch irgendwie alle kommen und genau, dann gibt es da auch verschiedenste Dankeschöns, die ihr anklicken könnt, wenn ihr da was spendet, T-Shirts, Taschen, Tickets für die Konzerte, hinten haben wir auch einen kleinen Merch-Stand, wo auch nochmal T-Shirts, Taschen, Flyer, Aufkleber, alles mögliche, Spenden auch angenommen werden, Eine Spendenbox auch ist, ja, also insofern sind wir tatsächlich da auch, rechnen wir mit eurer aller Hilfe und dass wir uns da sehen und gemeinsam Spaß haben. Was ich dazu kurz sagen wollte, also der Grund, warum wir auch Geld sammeln, ist, weil wir uns von niemandem bezahlen lassen, also das ist ein gemeinsames Projekt und wir haben uns vorgenommen, dass es die Leute mitbezahlen, die die Interessen. Wir beuten uns lieber selber aus. Genau, wir beuten uns lieber selber aus. Aber wir sollen nicht die Bands ausbeuten, also wir versuchen die Bands auch so viel wie möglich für die Reise zu geben, die zu verpflegen die ganze Zeit, also das ist einfach eine Menge Kohle, die zusammenkommt und wir sind immer am gucken, wie kriegen wir das Geld rein, bis jetzt hat es wunderbar geklappt, deswegen machen wir weiter, solange noch Leute unterstützen, dann geht es auch weiter. Und wem das zu schnell ging, wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite und wenn ihr bei Facebook Femme Rebellion eingebt, dann landet ihr auch bei Startnext. Ja, dann guckt euch gerne unseren Stand da her noch an, sprecht mit uns und vielen, vielen lieben Dank. Ja, danke auch von uns und einen herzlichen Applaus. Tschüss. Vielen Dank.